Hallo liebe KX-Tänzer, wie ihr ja wahrscheinlich schon von unseren Facebook-Seiten oder Internetseite oder auch über die E-Mail entnommen habt, sind wir seit heute ordnungsamtsmäßig auch geschlossen, dürfen also keine Tanzkurse und keine Veranstaltungen bis nach Ostern machen. Wir haben uns deswegen heute Nachmittag hier mal getroffen und ja, wir sind quasi in eine große Ideenschmiede zu überlegen, wie kann es die nächsten Wochen weitergehen, was können wir euch Schönes anbieten. Und ja, da dürfen wir euch bitten, einfach noch so einen Tag oder zwei Zeit zu geben, da wir das auch rechtlich noch abklären müssen, was mit den Videos ist, die wir gerne fürs Zuhause-Tanzen dann produzieren würden. Das heißt, wir müssen uns absichern, was ist mit der Musik, die da drauf ist und das Team muss sich erstmal überlegen, was möchten sie euch überhaupt zeigen und welche Nüsschen gibt es zu knacken für zu Hause. Das schon mal als Vorankündigung, freut euch drauf, mal schauen, was uns da so alles einfällt. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine ganz wichtige Botschaft. Ihr kennt uns normalerweise alle ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer. Das fällt uns natürlich jetzt gerade nicht so leicht zur Zeit, weil auch wir nicht wissen, was kommt noch, wie geht es weiter. Und deswegen unsere Botschaft an euch. Bleibt uns treu, meldet euch jetzt nicht ab, sondern lasst uns gucken, dass wir da zusammen, gemeinsam durchkommen, damit wir dann in einiger Zeit hier auch schöne Partys und schöne Kurse gemeinsam und mit dem kompletten Team vor allen Dingen auch wieder feiern können. Wir zählen auf euch. Vielen Dank und bis bald.